Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr war Bock auf Books. Ich bin Janine und heute geht es weiter mit Penelo und mit meinen Deine Top Tweaks 2019. Den Start mache ich wieder mit Penelo Pieces von Jason Wade. War auch schon in den letzten zwei Jahren entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 bei mir gelandet. An diesem Tag, als ich das Video aufgenommen habe, haben gerade Manchester United gegen Leeds gespielt und 6 zu 2 gewonnen. Das war ein sehr, sehr cooles Spiel und ich meine auch schon fast historisch gesehen. Also gleich in den ersten 3 Minuten 2 Tore rein, das ist schon ganz cool. Also 3 Tore geschossen. Weiter geht es mit Nummer 2. Ich versuche hier ungefähr die Hälfte der Playlist zu schaffen, an einem Tag, müsste eigentlich machbar sein. Genau, damit ich dann auch pünktlich in der letzten Woche, in der letzten Jahrzehmerwoche quasi pünktlich meine Top Tracks 2020 präsentieren kann. Genau. So, Shiny Silver Beast von Jason Wade ist auf Platz Nummer 2 quasi gelandet. Ähm, ich liebe den Anfang und, ähm, genau. Irgendwann werde ich euch auch mal die ganzen Tracks so zeigen können, denke ich. Ich mache gerade auf einem anderen Kanal so einen kleinen Testlauf, ob das hinfaut. Und Break in Hellstorm habe ich hauptsächlich gehört, ähm, auf meiner, das magische Armband, auf meiner, das magische Armband-Playlist, ähm, was eigentlich ganz cool war und, ähm, mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, und auch dazu passt natürlich, ne. Es geht auch um starke Menschen und starke Frauen und Durchbrechen und, naja, das ganze Gedöns, was halt zu einem Song halt passt. So, als nächstes ist, kommt, ähm, kommt von Christina Peri, A Thousand Gears. Ähm, habe ich ebenfalls für meine Playlist bei Henry reingepackt. Genau. Your Guardian Angel, The Wrapped, Jumpsuit, Apparatus, ist ziemlich, ziemlich cool und ziemlich nice. Ähm, eines der großartigsten Songs der letzten Jahre, finde ich. Und, ähm, passt natürlich auch ganz gut in die Playlist allgemein hinein. Komme ich auch schon direkt zum nächsten Song. Das ist Could It Be Magic von TechZ in der Odyssey-Version. Ähm, Could It Be Magic ist von 1994 oder so, keine Ahnung. Ähm, und das war tatsächlich auch mein Lieblingslied von TechZ. Damals gewesen, ähm, habe ich rauf und runter gehört eine ganze Weile. Auch wenn ich mehr E-Seventeen-Fan war, da zu der, zu jener Zeit in den 90ern. Aber das hat natürlich auch, ähm, war natürlich auch eine wunderschöne, das Lied. Komme ich direkt zum nächsten Song, Fight Song, Rachel Platten, Platten, ähm, habe ich natürlich auch für meine Playlist zusammengestellt. Ähm, deswegen ist es auch jetzt hier vertreten, ähm, und hatte ich relativ häufig und oft gehört gehabt. Ja, genau. Ähm, und, äh, es ist natürlich eine starke Frauenstimme. Das ist ja Fight Song, ähm, und ich habe es wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gerne gehört. Und von einer ruhigen, oder was heißt, von einem Power-Full-Song geht's direkt weiter in, ähm, Red Hands, Black Leads, Prelude von Sherman's Harvest. Das Lied ist so, Oberhammer Mega. Das ist eines der besten Alben überhaupt. Ähm, genau, äh, Alben, haha, Songs überhaupt. Es ist so wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und, ähm, der Anfang erinnert sowas von Vikings an die Vikings, wo jetzt demnächst auch die nächste neue Staffel herauskommt. Ähm, wahrscheinlich, ich glaube, die finale Staffel müsste Vikings kommen, ne? Hm. Weiter geht es. Mit, äh, mit Cortecall, 1000, gut, Quatsch. Ich habe übrigens Probleme tatsächlich mit dem TH, ST und SP. Ähm, schon während meiner Lehre wurde ich deswegen ziemlich ausgelacht, wenn ich mal Spreit gesagt habe. Also, Spreit, ich weiß nicht, wie man es normalerweise ausspricht. Spreit Sachen. Sagen die Leute Spreit? Ich habe keine Ahnung. Also, ich sage Spreit, weil ich das einfach nicht hinkriege ansonsten. Genauso wie, ähm, das TH-1000, ähm, spreche ich eben auch anders aus, als die normalen Leute. Doof ist ja nie, ey. WhatsApp nervt. Ähm, und, ähm, genau, oder als die meisten Leute spreche ich das TH eben ganz, ganz anders aus. So, das nächste Lied hat mich, ähm, umgehauen, als ich es das erste Mal gehört hatte. Und zwar, ähm, von Alperwell, Breaking Down. Das Lied, ähm, hat sowas von aus meiner Seele gesprochen. Letztes Jahr, ähm, zur Leipziger Buchmesse, 2019. Da bin ich doch sehr nachdenklich geworden aufgrund von einigen Begebenheiten und von hochnäsigen Autorinnen und von, oder Autorinnen und von anderen Sachen, die mich einfach nur noch gewänzt haben. Und, ähm, als ich das dann im April 2019 für mich entdeckt hatte, hat es so richtig, hat es mich richtig abgeholt. Es war, ähm, mein Tief war extremst. Und ich hatte auch überlegt, ob ich überhaupt zur Leipziger Buchmesse dieses Jahr fahren sollte, was es ja dann, was natürlich nicht geklappt hat. Klar, Corona, ähm, aber, ähm, ja, abgesehen davon, ähm, Going Nowhere, Darren Criss, ist ebenfalls ein sehr, sehr schönes Lied. Habe ich auch auf der einen oder anderen Playlist von mir reingepackt. William Young, oder Will Young, all the songs, ich liebe ja Will Young, seit Everqueen, ähm, total, seit 2002. Liebe ich ihn ja. Ähm, ähm, und genau, ich muss das, ich muss das Video jetzt übrigens nochmal neu aufnehmen, beziehungsweise das Eingesprochen nochmal neu aufnehmen, ähm, weil ihr sehr, sehr kritisch bei mir seid, sobald mal ein bisschen Hintergrundrauschen ist oder so, ähm, seid ihr schon ziemlich, ja, ziemlich hart dabei. Äh, was tatsächlich nur bei mir der Fall zu sein scheint, ähm, bei anderen ist es vollkommen egal, aber irgendwie kriege ich ständig eins drauf, wenn mal bei mir irgendwas nicht hernaut. Aber gut, ähm, ich bin's ja gewohnt, ne, dass man auf mich drauf haut. Ich mach meine Videos übrigens, ähm, mehrerefacher Ausführungen, also Ash's Remain, ähm, Without You ist ebenfalls mega geil. Ähm, ich nehme das Video auf, je nachdem wo, also entweder mit Kamera oder dann mit dem Screen, dann wird das über YouCut umgewandelt. Die Videos über Videokamera, über der Videokamera, die kann ich tatsächlich nicht anders bearbeiten, sondern muss ich erstmal umwandeln über YouCut. Ähm, und über YouCut nehme ich dann auch mein Gesprochenes auf, weil das einfacher ist. Dann werden die Sachen nochmal, ähm, über D-Noise, ähm, quasi entrauscht. Und, ähm, heute für heute Mittag habe ich das Ganze mit, ähm, einer, einem Mikrofon aufgenommen, aber das ist ja unfassbar ätzend. Und, ähm, Only a Memory, Icon for Hire, ist ebenfalls mega geil. Und dann, ähm, werden die nochmal, ähm, nachdem die Neusen nochmal über Motion Ninja bearbeitet. Da kommen dann, kommt auch das Intro, Outro hinzu und so weiter und so fort. Und, ähm, noch so ein paar andere Gadgets, die ich reinpacke. Und, ähm, genau so mache ich meine Videos. Das dauert alles übelst lange. Ähm, und, ähm, ja. Deswegen lasst ein Like, ein Abo da, aktiviert die Glocke. Äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mal ein bisschen mehr Feedback bekäme. Oder wenn mal ein bisschen mehr, ähm, Input kommt. Äh, genau. Weil dieses Miteinander statt Gegeneinander, das funktioniert ja bei mir gar nicht, ne? Ich mache das ja bei anderen, aber ich kriege das ja eh nie ab. So, und da ich, ähm, da ich eh keine Zuhörer habe, kann ich das auch jetzt in diesem Video sagen. Und falls ihr doch zu schauen solltet, dann, ähm, seid gegrüßt und erzählt mir doch mal etwas von euch. So, Haunting, Set It Off, ebenfalls mega cool. Ich liebe den Anfang von dem Lied. Ich liebe die Band, Set It Off. Habe ich auch sehr, sehr oft gehört. 2019, wahnsinnig oft. Ähm, und bin gespannt, was die weiterhin auch noch so rausbringen könnten und machen. Ähm, genau. Es ist unfassbar toll, das Album. Unfassbar, unfassbar toll. Unfassbar echt, ähm, das ganze, ähm, Duality ist mega, mega cool. So, demnächst wird auch mein Setting so ein bisschen ungeändert. Ich bin gerade dabei, dass ich so mein Video-Setting ein bisschen, ähm, äh, ich sag mal, aufpimpe, ein bisschen optimiere, ein bisschen moderner mache. Genau. Ähm, Treat You Better, Throw The Fight. Treat You Better ist ja natürlich, ähm, ein John Mendes-Körper. Ich mag ja schon Mendes wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ist ein großartiger Künstler und Sänger und was auch immer. Ähm, genau. Aktuell ist es übrigens jetzt der 22.12.20 Uhr. 22. Wollte ich nur mal mitgesagt haben, ne? Genau. Eine sehr, sehr lustige Uhrzeit. Sehr, sehr lustig. Okay, weiter geht es. Ähm, wie gesagt, Treat You Better, das hatte ich auch schon 2018 in meiner Playlist gehabt, aber sehr, sehr weit hinten. Kommen wohl auch ein bisschen später heraus. Und jetzt noch mal ein bisschen weiter vorne gerutscht. So, Remember Me, Caleb Hayes, ähm, habe ich ebenfalls für eine, für eine Playlist für das magische Armband reingepackt. Ähm, in der Schlüssel müsste es drin sein. So, Shinedown von, ähm, Brilliant von Shinedown ist tatsächlich auch auf meiner, bei meiner aktuellen Playlist, ähm, meine Fußball-Playlist auf Spotify, äh, glaube ich Nummer 1, weil ich das als erstes reingepackt habe, weil das gepasst hatte. Genau. Ähm, deswegen passt das eigentlich jetzt auch ganz gut, ne? So, was kommt als nächstes? Not Dead Yet, Ledger, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Hommage an Heath Ledger ist, das Ganze, oder ob sie einfach nur Ledger heißt. Auf jeden Fall ist es ebenfalls eine eindrucksstarke Stimme und das Album oder das Lied ist ziemlich, ziemlich cool. So, nachdem ich relativ unbekannte Künstler bis jetzt hatte, kommt dann doch mal ein Sunrise Avenue Lead, ähm, Dreamer. Okay, so unbekannt sind die Sachen nicht. Bill Young ist doch relativ bekannt hier in Deutschland auch, ähm, aber Sunrise Avenue natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, die Finnen, ne? Aktuell hat ja, ähm, Samu Haber mit Ray Garvey, ähm, den, so, also Voice of Germany gewonnen mit einer, ähm, ja, ich hab den Namen vergessen. Es war jetzt nicht unbedingt mein Fall, wird. Ähm, es geht mir auch alles viel zu langweil, immer diese ganzen Sendungen bis 0 Uhr irgendwas. Es ist doch absolut blöd, wenn man am nächsten Tag doch früh raus muss. Gut, ich hab gerade, äh, aktuell, ähm, ja, ist das nicht so der Fall bei mir, aber trotzdem stehe ich ja eh immer früh auf. Bossfate, ähm, Not Giving Up ist ebenfalls ein ziemlich cooles Lied mit einer tollen Message. Weiter geht es mit Ipoveel, Perlman, Neut, ähm, Trauma aus dem Album, Trauma. Ähm, unfassbar toll, ähm, unfassbar. Es sind relativ, es sind relativ wenig Songs von Ipoveel. Dabei muss ich auch mal wieder hören, damit ich die 2021 mehr in meinem Release-Radar hab, beziehungsweise allgemein auch in meinem Dingsen. Jacob Lee, Heartstrings ist ebenfalls ein ziemlich schönes Lied, aber nichts geht über Ipoveel aktuell. Oder dieser Zeitteil. Auf meiner Suche nach Saddle It Off, der Band, habe ich, ähm, Skillet gefunden und das Lied Saddle It Off. Was aber keine Verschwendung meiner Zeit war, sondern eine ziemliche Bereicherung. Denn das Lied und das Cover allgemein, ähm, sind ziemlich, ziemlich beeindruckend. Und, ähm, machen schon einiges her, ne? Genau, als nächstes kommt ein Klassiker, also, was heißt Klassiker? Ja, also, relativ, ne? Ähm, ist jetzt nicht das neueste Lied, aber The Light Behind Your Eyes, ähm, von My Chemical Romance ist, ja, doch schon einiges, ach, der hat ja doch schon einige Jahre hinter sich gebracht, ne? Schon ein kleiner Rockklassiker, ne? Ähm, und das habe ich dann auch auf meine Playlist von das Magische Armband mit reingepackt auf irgendeiner, oder auf der Arie 3 zusammen, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das ziemlich, ziemlich cool. Ähm, genau. Ja, äh, Mika Bay, ähm, ist, ja, auf Instagram ziemlich aktiv, genauso wie Jared Bay, der ja mit Ampoiler Academy, ähm, einen richtigen Schuss abgefeuert hat. Und, äh, ich bin wahnsinnig gespannt, wie, ähm, die Ampoiler Academy tatsächlich mit der Transformation von Ellen Page umgehen wird, ähm, beziehungsweise halt Elliot Page, wie er jetzt heißt. Da bin ich schon wahnsinnig gespannt, wie das Ganze funktionieren soll, oder wie, wie sie die Rolle allgemein dann einfach machen. Das ist so unfassbar spannend, ähm, das finde ich mega cool. Und ich finde auch die Reaktion von Netflix und Co. einfach bombastisch gewesen. Ähm, If I Can't Have You von Shawn Mendes. Ich mag Shawn Mendes, der, wie gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig gerne ist. Ein großartiger Künstler. Genau. Ähm, so, Rockshed, Fading Like a Flower, ist tatsächlich mein Lieblingslied, Rockshed-Lied. Ich liebe das Lied, unfassbar. Ähm, und, ähm, ja, es ist immer noch schade mit Rockshed, aber gut. Shine Down, Asking For It, ähm, das passt so wahnsinnig toll zu das Geheimnis des Stiftes bei mir. Ja, unfassbar toll, ähm, es ist ein großartiges Lied. Und, ähm, ich habe das Lied sehr, sehr oft, ähm, auch gehört und, äh, verbinde einiges mit dem ganzen, den ganzen Sachen mit drin, mit dem Text und alles, ne. Als nächstes kommt nochmal ein, ähm, Text-Selblied. Sehe ich zumindest in meiner Vorschau. Ähm, Never Forget war ja das letzte Lied mit Robbie Williams. Und, ähm, genau, ich musste auch langsam mal Zocker-Streamen machen, beziehungsweise hier, mein Mann, der streamt gerade, da werde ich dann gleich mal reinschauen, aber jetzt mache ich das hier noch fertig. Und, ähm, wir müssen schauen, was jetzt nächstes gleich kommen wird. Aber Never Forget war natürlich auch ein ziemlich großer Hit. So, haben wir jetzt noch Sleeping with Sirens Alone und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Walk of Books. Frohe Weihnachten und alles Liebe wünsche ich euch. Bye! Bis zum nächsten Mal. Okay.